Einfach sein. Mein Sohn glaubt, sein Computer ist schlauer als ich. Ah, okay, also Physik kann ich ihm nicht mehr so richtig erklären. Mathe wird auch langsam fies, aber sonst? Was denn? Skoyo.de, die Lernplattform für mehr Spaß am Lernen. Für Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse. Abgestimmt auf Fächer und Bundesland geht es hier mit Spaß und Abenteuern ohne Druck zu guten Noten. Jetzt kostenlos testen. Skoyo.de. Lern, wie ich es will. Lern, wie ich es will.